hallo ich möchte heute heute euch ein kleines video zeigen das ist eine pistentür moment die man von außen hier sagen wir ich bin jetzt von außen und geht mir jetzt reingehen dann kann ich sie auch von innen wieder schließen oder von außen wieder öffnen und von innen wieder schließen und von außen öffnen und das ist alles so aufgebaut und jetzt möchte ich ganz kurz ein video zeiten das mal alles noch mal neu aufzeigen wochtig pisten redstone repeater verbruchte nicht ja doch zu testen und mit knüpfen wenn ihr mit knüpfen noch mal könnt ihr es ja ruhig überlegen wie wir es macht aber ich mache es jetzt so also gut Prozent ein bisschen Platz nein Nein. So, hier habt ihr jetzt einfach mal so einen Eingang. Dann ist irgendwo hier so der Hebel. Dann müsst ihr erstmal hier aufmachen. Ich mach das dann mal mit Wolle lieber, damit man weiß, wo die Tür ist. Damit man weiß, wo der Eingang ist. Und es muss genau sein. Und der Rot ist meine Lieblingsfarbe, dauerlich Rot. Also macht ihr hier Repeater, Redstone, darüber den gleichen Scheiß. Repeater, Redstone. Dann Redstone. Dann die 12 Wichter müssen auf Stufe 3 sein. Oder 2, keine Ahnung, irgendwas. Ja, 3 ist schon richtig. Ja, 1 war es jetzt, 2, dann 3. So, Punkt. So, und gucken, ob es jetzt auch funktioniert. So, einmal hinsetzen. Hier auch einmal hinsetzen. So, fährt aus. Mache ich mir so. Falsch mache ich so. Punkt. Irgendwie ist Leute identisch in der Reis. So. So, so. Okay, okay. Egal, egal, egal. Punkt. Das hat jetzt geklappt. Und jetzt müsst ihr einfach nur, ich mache mal ein bisschen mehr. Ey, das ist wirklich schwindig. Jetzt müsst ihr hier so eine kleine Treppe hochmachen, um das hier alles verbinden. So, wenn ihr das zum 8. So, dann geht schon eine Seite, nein, funktioniert schon eine Seite schon mal. Hier hinten, das mache ich mal lieber rechts. Das ist ein bisschen bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Ey, das ist noch. Der Mausrat ist wirklich im Arsch. So. Ne? Danach kann ich das so abschalten. Ich kann nichts dafür, wenn die Grafik nicht so gut ist, wie bei mir. Ja, das ist dann nicht meine Schuld. Und damit ihr das so machen könnt, dass es so gut ist, dass man das auch von innen machen kann. So. Mach ich mal den Schalter, mach ich mal so, 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 so. So, so. So, so. Mach ich mal hier. Mach ich mal hier. So, 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 so. So, jetzt müsst ihr aufpassen. Aufpassen, öh. Dann müsst ihr das hier bauen. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Ich hab's vergessen. Ich weiß auch nicht mehr. Ah. So, so, so. Oh, ne, fuck. Oh, ne, schlickt. So, so. So, so. 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 So sagt er. Und immer so. So sagt er. Und dann sagt er. Und dann sagt er. Und das müsst ihr genau ein. Das muss. Hier ist ein. Das muss. So muss das sein. Warte. So muss das aussehen. Von dieser Entfernung zwei. Dass ihr noch zwei dahin setzen könnt. So, das ist so. Vor der Fackel. Ja, danke. ist er mal hier so so und die Person aber es geht nicht weil es dann zu wenig Dings ist zu und jetzt noch mal um zu mann zu sein wird es nicht mehr dann so und weg die ab ist es gleich noch hier machen dass sie nicht ab das ist die dann verbinden so dann habt ihr es so viel schweiß oder hat es ein kleiner Test er hat geklappt dann könnte es hier noch zu machen ich könnte es sehr gut für Höhlen machen das wäre dann praktisch ich darf nicht sein so dann habt ihr da praktisch so einen Höhleneingang so Punkt es hat mich gefreut euch dieses Video zu zeigen gönnt euch ein Abo oder lasst es bleiben das ist mir scheißegal was ihr macht vielen herzschlank und ciao gu 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.